Hallo und herzlich willkommen zum Video. Das Canon RF 200 bis 800 Blende 6, 3 bis 9 bietet mit bis zu 800 mm Brennweite natürlich sehr viel Reichweite, was für kleine und scheue Tiere eigentlich ideal ist. Auf der anderen Seite haben wir hier das Canon RF 100 bis 500, das wie ihr seht deutlich kompakter, deutlich leichter ist und auch noch ein Objektiv der L-Serie ist. Und mit den aktuellen Cashback-Aktionen, die noch bis Mitte Januar anlaufen, kriegt man die zu einem sehr ähnlichen Preis. Und ich möchte in diesem Video die beiden Objektive einmal vergleichen. Ich habe Studiotests gemacht, aber vor allem war ich auch draußen unterwegs, hatte an beiden Objektiven je eine R5 dran und habe die mit und ohne Konverter verglichen und kann so wirklich 1 zu 1 Vergleiche machen. Was ist mir aufgefallen? In Sachen Bildqualität, Handling, Autofokus ist natürlich extrem wichtig und gegen schluss möchte ich auch noch einige von euren Fragen beantworten. Starten wir zuerst einmal mit den Spezifikationen. Das Canon RF 100 bis 500 hat eine Offenblende von 4,5 bis 7,1. Das 200 bis 800, 6,3 bis Blende 9. Das heisst, das hier ist doch etwas lichtstärker, was vor allem im unteren Bereich wirklich auffällt. Das RF 100 bis 500 ist nicht nur im Brennweitenbereich kürzer, es ist auch in der Bauweise deutlich kompakter. Es hat hier eine Baulänge von etwas weniger als 21 Zentimetern, der Durchmesser ist bei 9,3 Zentimeter. Hier sind wir bei 31,4 Zentimeter, also rund 50 Prozent länger. Das merkt man definitiv im Rucksack, das kann ich euch sagen. Die Breite ist nicht so unterschiedlich. Das ist gerade mal ein Zentimeter Unterschied. Was man natürlich noch merkt ist, dass der Stativfuß auch ein ganzes Stück grösser ist bei dem hier. Was ich vom Handling her sehr angenehm finde, man merkt das einfach im Rucksack. Und apropos Rucksack, den Stativfuß oder die Stativstelle habe ich beim 100 bis 500 sehr häufig abgenommen. Gerade wenn ich es so als Zweitobjektiv nehme, den kann man hier einfach aufdrehen und dann kann man diese hier abnehmen und dann ist das Objektiv eben wie gesagt gerade im Fotorucksack noch mal deutlich kompakter und ich finde es ist vom Handling immer noch relativ angenehm zu bedienen. Man kann es so relativ gut in der Hand halten. Dieses Objektiv hat eine eingebaute Stativstelle und ich denke bei dem Gewicht macht es eigentlich auch Sinn, dass die da fix drin ist. Zum Gewicht, dieses Objektiv wiegt 1,37 Kilo, auch wenn wir die Stativstelle wegnehmen. Wenn man es mit der Stativstelle benutzt, dann sind wir bei 1,53 Kilo. Das hier ist mit 2,05 Kilo doch deutlich schwerer, also wenn wir es jetzt mal mit Stativstelle hier vergleichen, rund 500 Gramm schwerer. Aber es bietet ja auch mehr Brennweite und wenn wir hier auf eine ähnliche Brennweite kommen wollen, dann müssen wir eigentlich noch den 1,4-fach-Konverter hinten dran tun und dann ist das zwar immer noch schwerer, aber es gleicht sich dann schon ein bisschen mehr an. Vorne dran haben wir hier ein 77 Millimeter Filtergewinde. Hier sind wir bei 95. Ich denke aber wieder vermutlich, dass hier Filter viel häufiger eingesetzt werden wie hier. Ich nehme dieses hier auch gerne mal für die Landschaftsfotografie, weil man eben im unteren Bereich deutlich mehr Brennweite hat. Also 200 und 100 Millimeter sind ein heftiger Unterschied und dann eignet sich das auch noch ganz gut für die Landschaftsfotografie. Ich weiß nicht, wie viele Leute dieses wirklich noch für die Landschaftsfotografie nutzen würden. Ein weiterer Unterschied ist die Naheinstellgrenze. Hier haben wir eine variable Naheinstellgrenze von 0,9 bis 1,2 Meter und damit kriegt man bei 500 Millimeter einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3 oder 0,33. Hier haben wir eine Naheinstellgrenze von 0,8 bis 3,3 Meter. Der maximale Abbildungsmaßstab ist somit nur 1 zu 4 oder 0,25. Ist immer noch ein recht guter Wert. Aber wenn ihr jetzt viel Libellen, Schmetterlinge, Amphibien und so weiter fotografiert, hat dieses hier definitiv die Nase vorne. Zudem habt ihr hier den maximalen Abbildungsmaßstab bei 500 Millimetern, hier bei 200. Das heisst hier habt ihr eine grössere Vergrösserung und eine grössere Aufnahmedistanz, was eben bei ein bisschen scheuereren Tieren definitiv ein Vorteil sein kann. Wenn ihr hingegen kleine Vögel fotografiert, meissen an einer Winterfütterung, sagen wir auf 3,5-4 Meter Distanz, dann hat natürlich nach wie vor dieses Objektiv den Vorteil, da ihr einfach mehr Brennweite habt. Also der Vorteil hier ist einfach gegeben, wenn ihr wirklich unter der Naheinstellgrenze von dem seid, also unter 3,3 Meter in dem Sinne. Wie schon gesagt, ist das ein Objektiv der L-Serie, das hier nicht. Woran erkennt man das? Ist gar nicht so einfach. Dieses ist nämlich sehr professionell für ein Nicht-L-Objektiv. Es hat zum Beispiel hier zwei Funktionstasten, die das 100 bis 500er gar nicht hat, obwohl es ein L-Serie Objektiv ist. Ansonsten sieht man den Unterschied zum Beispiel in der Sonnenblende, dass wir hier eine schwarze Sonnenblende haben, hier eine weiße. Die Farbe ist mir nicht so wichtig. Was man hier aber noch sieht, wir haben hier ein kleines Fenster, wo man den Polfilter drehen kann. Das finde ich wiederum für die Landschaftsfotografie sehr angenehm. Dann haben wir hier einen Fokuslimiter drin, voll am Bereich oder drei Meter bis unendlich. Muss ich sagen, ich finde diesen Art von Fokuslimiter in der Praxis nicht so wichtig für meine Art der Fotografie. Ich habe es eher mal, dass der Fokus auf dem Hintergrund kleben bleibt und hätte daher lieber einen Fokuslimiter, der noch eine Einstellung hätte für, sagen wir, minimal zur Naheinstellgrenze bis 10 Meter. Das haben beide nicht in dem Sinn. Hier haben wir auch noch eine Auswahl vom Bildstabilisator-Modus 1, 2 und 3. Hier haben wir nur ein Aus. Dann einer der wichtigsten Unterschiede in meinen Augen ist, dass wir hier einen manuellen Fokusring haben. Der geht sehr leichtgängig, lässt sich wirklich gut bedienen. Ich hätte mir ein bisschen weiter vorne gewünscht, aber es geht eigentlich wirklich noch relativ gut. Hier hingegen haben wir nur einen kombinierten Fokus und Kontroll- oder Steuerring. Das ist der hier. Der ist kleiner, liegt schon für ein so langes Objektiv eher weit hinten und ist ein bisschen schwergängiger. Also gerade wenn man ab und zu mal in den Fokus eingreifen möchte, ist dieses hier wirklich deutlich angenehmer. Beide sind externe Zooms, das heisst, wenn ihr hier am Zoomring dreht, dann fährt das Teil noch einmal gewaltig aus und wird noch einmal ein ganzes Stück länger. Vergleichen wir mal die Bildqualität der beiden Objektive in einem Studiotest. Die Aufnahmedistanz waren hier irgendwie sieben bis acht Meter und ich habe bei 200, 300, 500 und 700 Millimeter einen Vergleich der Bildqualität gemacht. Starten wir einmal bei 200 Millimetern in der Bildmitte. Beide Objektive bei Offenblende und wir sehen kaum einen Unterschied. Wenn wir etwas fairer werden und beide auf 6,3 einstellen, habe ich auch Mühe irgendwelche Unterschiede zu sehen. Und wenn wir auf Blende 8 gehen, ich sehe ganz ehrlich hier relativ wenig Unterschiede. Ich würde daher sagen, wir gehen mal an den Bildrand und hier sehen wir ein bisschen Unterschiede. Bei Offenblende wirkt das RF 200 bis 800er zwar ein bisschen schärfer, hat aber auch ein paar sichtbare chromatische Aberrationen. Wenn wir jetzt wieder fair werden und beide auf Blende 6,3 einstellen, dann sehen sie von der Schärfe her sehr vergleichbar aus. Wie gesagt, das 200 bis 800er hat aber ein paar chromatische Aberrationen, welche auch beim Abblenden auf 8 nicht komplett weggehen. Wenn wir einmal bei 300 Millimeter die Bildmitte anschauen, hat dort das 100 bis 500er leicht die Nase vorn, obwohl es eine grössere Blende hat. Und wenn wir beide bei 7,1 anschauen, wird dieser Vorsprung sogar noch ein bisschen deutlicher. Wenn wir hingegen beide bei Blende 9 anschauen, sehen sie sehr sehr ähnlich aus. Am Bildrand sind beide relativ ähnlich von der Bildschärfe, sowohl bei Offenblende, beide bei Blende 7,1 und Pleite bei Blende 9. Allerdings sehen wir auch hier noch ganz schwache chromatische Aberrationen beim RF 200 bis 800er. Die sind aber mittlerweile sehr schwach. Bei 500 Millimetern ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen und ich habe als Offenblende beim 200 bis 800er versehentlich 9 statt 8 eingestellt. Ich habe dann einen Tag später noch einmal einen Vergleich gemacht und habe zwischen Blende 8 und 9 eigentlich keine nennenswerte Unterschiede gesehen. Wenn wir hier jetzt einmal reinschauen, bei Blende 7,1 das 500er 100 bis 500er und das 200 bis 800er bei Blende 9 ist das 200 bis 800er schärfer. Wenn wir beide auf Blende 9 einstellen, ist das 200 bis 800er ich würde sagen ungefähr vergleichbar scharf. Vielleicht ein ganz ganz wenig schärfer wie das 100 bis 500er. Und bei Blende 11 sehe ich eigentlich keine Unterschiede. Wenn wir jetzt an den Bildrand gehen, dann habe ich doch das Gefühl, dass das RF 200 bis 800er bei Offenblende wieder schärfer ist. Abgeblendet beide auf Blende 9 ist es immer noch leicht vorne und bei Blende 11 hat es auch noch einen leichten Vorsprung, wie es mir scheint. Wenn wir jetzt noch mehr Beinweite wollen und mit 800 Millimeter fotografieren geht das beim 200 bis 800er ganz easy. Beim 100 bis 500er habe ich einfach den 1,4-fach Konverter reingetan und nachher noch ein ganz 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 wenig gekroppt, um die gleiche Vergrößerung wie bei 800 Millimeter zu erhalten. Dann haben wir bei Offenblende beim 200 bis 800er Blende 9 und beim 100 bis 500er mit dem Konverter Blende 10. Und hier sehen wir doch deutlich, dass das 200 bis 800er schärfer ist. Und wenn wir natürlich das noch, also beide auf Blende 11 abblenden, sehen wir nach wie vor, dass das 200 bis 800er schärfer ist. Wenn wir an den Bildrand gehen, wird der Unterschied fast noch deutlicher und nun beginnt das 100 bis 500er chromatische Aberrationen zu zeigen. Und wenn wir beide auf Blende 11 abblenden, gehen die chromatischen Aberrationen leicht zurück, aber sie sind immer noch vorhanden und das 200 bis 800er hat nach wie vor mehr Schärfe. Gut, soviel zu den Studiotests. Wir sehen, beide spielen auf einem hohen Niveau, aber das 200 bis 800er gewinnt am langen Ende. Das 100 bis 500er gewinnt eher am kürzeren Ende. 200 bis 300 Millimeter. Wie sah es in der Praxis aus? Ich muss sagen, beide haben sehr sehr gut performt. Meistens setze ich mein Motiv auch nicht ganz an den Rand, sondern ein bisschen mehr mittig. Und ich habe ein paar Tests gemacht, zum Beispiel diesen Tannenherbe hier bei 400 Millimetern. Beiden Objektiven mit offen Blende fotografiert. Und wenn wir einmal eins zu eins reinzoomen, ganz ehrlich, ich sehe hier eigentlich keinen Unterschied. Also Top-Leistung von beiden Objektiven. Wie ihr vielleicht wisst, mag ich an diesem Objektiv unter anderem, dass der Autofokus einfach blitzschnell ist. Es hat einen Dual Nano Ultraschallmotor. Dieses hier hat nur einen Nano Ultraschallmotor, was aber schon recht gut ist. Und ganz ehrlich, in der Praxis sind beide unglaublich schnell. Ich habe da nicht wirklich Unterschiede gemerkt. Wenn ich im längeren Brennweitenbereich unterwegs war, sagen wir 700, 800 Millimeter, habe ich halt hier noch den 1,4-fach Konverter drauf getan. Und auch dann haben sich beide sehr ähnlich angefühlt. Also da ist es schwierig, einen Sieger festzulegen. Ich habe dann bei mir in der Wohnung noch ein, zwei Tests gemacht. Hier mit dem Konverter, hier ohne bei 700 Millimeter jeweils. Und da war dieses tatsächlich ein klein wenig schneller, wie ihr in dem Clip sehen könnt. Aber in der Wohnung hat das natürlich auch nicht so viel Licht. Das ist vielleicht dann eher relevant, wenn ihr auch mal bei Dämmerung fotografiert. Draußen, tagsüber im Wald, habe ich wirklich keine Unterschiede gemerkt. Keines der beiden Objektive setze ich wirklich viel abstraktiver ein. Ich verlasse mich hier auf einen guten Bildstabilisator. Und hier muss ich sagen, haben beide einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Also top. Ich war mir nicht sicher, ob das hier beim Filmen vielleicht ein Spürchen besser wäre, aber ich bin mir nicht sicher. Mit beiden ist auf jeden Fall bei 500 Millimeter irgendwie eine 25 Sekunde zu halten durchaus machbar. Es wird nicht jedes Bild scharf, aber es ist machbar. Ich habe einen solchen Test zu Hause gemacht. Ohne Stabilisator hatte ich 95% komplett unscharfe Fotos, 5% waren noch okay, aber keines war wirklich, wirklich scharf. Mit dem 100-500er und aktivierten Stabilisator hatte ich 17% auch komplett unscharf, 43% okay und 40% wirklich gestochen scharf. Mit diesem hier hatte ich nur 1% komplett unscharf, 54% okay und 45% wirklich gestochen scharf. Also bei diesem Test sieht es jetzt so aus, als ob das RF200-800er ein bisschen besser abgeschnitten hätte. Ich hatte auch den Eindruck, dass es vielleicht minimalst vorne liegt, aber ich würde nicht zu viel rein interpretieren. Das kann natürlich auch sein bei dieser unscharfen Serie, dass ich hier einmal ein bisschen stärker gewackelt habe in einer Serie Dauerfeuer. Was auf jeden Fall klar ist, beide haben einen sehr guten Stabilisator. Ich meine eine 25 Sekunde bei 500 Millimeter ist schon klasse und dieses hier muss sich hinter dem L-Objektiv auf keinen Fall verstecken. So, dann bringen wir doch mal den Telekonverter ins Spiel. Denn häufig wünscht man sich in der Tierfotografie ja doch noch ein bisschen mehr Brenweite. Hier muss ich sagen, dass ich nur den 1,4-fach Konverter habe und ich habe daher einfach mit dem hier getestet. Und hier gibt es wirklich gewaltige Unterschiede. Das Erste, was direkt auffällt, ist, dass man mit dem 200 bis 800 Millimeter Objektiv den Konverter im ganzen Bereich nutzen kann. Das heißt, das Objektiv wird zu einem 280 bis 1120 Millimeter Objektiv. Hier ist das aufgrund der kompakten Bauweise nicht möglich. Ich kann das einmal kurz versuchen zu demonstrieren. Wenn ich hier bei 100 Millimeter bin, kann ich hier den Konverter physikalisch nicht rein tun. Das heißt, ich muss das Objektiv zuerst auf mindestens 300 Millimeter zoomen, bis ich den Konverter hier ansetzen kann. Wieso ist das wichtig? Erstens verliert man einmal den Zoombereich von 100 bis 300 Millimeter. Das heißt, mit dem Konverter wird das Objektiv zu einem 420 bis 700 Millimeter Objektiv. Man hat nicht mehr so einen riesigen Zoombereich. Das ist für mich jetzt aber nicht das Ende der Welt. Wenn ich den Konverter nutze, dann möchte ich schon eher im oberen Bereich arbeiten. Das heißt, das geht noch einigermaßen. Wirklich mühsam war es aber, wenn ich das Objektiv vor mir hatte. Ich wollte schnell den Konverter drauf tun und habe dann gemerkt, das geht nicht. Muss ich den Konverter wieder ablegen. Hier das Ganze ausfahren. Schauen, dass das stark genug angezogen ist, dass das auch hält in dem Sinn. Und dann konnte ich erst den Konverter oben drauf tun. Das ist erstens mal mühsam. Und der zweite Punkt, den man auch nicht unterschätzen sollte, wenn man das Ganze in die Fototasche nachher tun möchte, in den Rucksack, dann ist das Objektiv auf einmal wirklich groß. Und es ist zwar immer noch ein bisschen kompakter als das, aber ehrlich gesagt nicht mehr viel. Der nächste Unterschied zum Thema Telekonverter, der hängt mit dem Autofokus zusammen. Und zwar haben wir hier mit dem 1,4-fach Konverter an meiner R5 noch den gesamten Autofokusbereich zur Verfügung. Ich kann das Feld wirklich bis an den Rand schieben. Mit dem hier, hier mit dem 100 bis 500er ist der Autofokusbereich links und rechts ein bisschen eingegrenzt. Nicht dramatisch, aber es fällt auf. Und das ist halt heftig, weil hier habe ich ja ohne Konverter schon 800 mm, hier mit Konverter nur 700. Und trotzdem habe ich hier den kleineren Autofokusbereich, wie wenn ich hier den 1,4er reintue und auf 1120 mm komme. Und ganz ehrlich, diesen Unterschied habe ich viel mehr gemerkt, als den vielleicht minimals schnelleren Autofokus in diesem Objektiv, zumindest unter meinen Testbedingungen. Ansonsten, wenn wir mal über die allgemeine Performance denken, die war mit beiden mit dem Konverter sehr gut. Der Autofokus war immer noch zuverlässig, Bildqualität sehr gut, also die Einbußen klein bei beiden Objektiven. Wiederum einfach mit dem 1,4-fach Konverter. Mein übliches Ding behaltet die Distanz ein bisschen im Kopf. Ich habe dieses Foto von einer Gemse gemacht mit dem 1,4-fach Konverter bei 1120 mm. Die Schärfe war gut, aber nicht so gut, wie wenn ich den 1,4-fach Konverter bei einer Meise eingesetzt habe, die irgendwie 10 Meter vor mir war. Einfach weil man halt irgendwann viel Luft dazwischen hat. Kalte Wintertage verzeihen da deutlich mehr als warme Sommertage. Behalte das einfach im Kopf. Abschließend habe ich jetzt immer die zwei verglichen mit Konverter. Ich muss hier natürlich auch noch sagen, dass man bei dem hier den Konverter viel weniger einsetzen wird als bei dem hier. Denn wie gesagt, mit dem hier haben wir selbst ohne Konverter mehr Brennweite als mit dem 100- bis 500er mit dem 1,4-fach Konverter. Wie unterscheiden sich die beiden Objektive bei der Hintergrundauflösung? Denn für das werden sie beide immer wieder mal kritisiert. Nun, ich muss sagen, natürlich einen 600 mm Blende 4 kommt keines der beiden ran. Das sind massive Unterschiede. Aber wie sind sie jetzt untereinander? Welches gibt euch den ruhigeren Hintergrund? Das kommt sehr darauf an, in welchem Bereich ihr wirklich fotografiert. Von 100- bis 500 mm wird euch das 100- bis 500er einen weicheren Hintergrund geben. Bei 200 mm habt ihr hier eine Blende 5, während ihr hier eine Blende 6,3 habt. Das ist ein spürbarer Unterschied. Bei 400- bis 500 mm habt ihr auch hier jeweils eine Drittelblende Mehrlicht. Also bei 500 mm sind wir bei 7,1. Beim RF 200- bis 800er sind wir schon bei Blende 8. Sieht man eine Drittelblende? Schaut selbst. Ich habe hier ein Foto von einem Tannenhaer bei beiden Objektiven mit Offenblende 400 mm aufgenommen. Und man sieht, dass das 100- bis 500er ein bisschen weicher ist. Der Unterschied ist nicht dramatisch, aber man sieht ihn. Ich habe noch ein weiteres Bild, dieses Mal bei 500 mm. Auch hier hat das RF 100- bis 500er eine Drittel Blende Vorsprung. Und der Hintergrund ist tatsächlich ein bisschen weicher. Wenn wir jetzt aber noch mehr reinzoomen und die 800 mm ausnutzen beim RF 200- bis 800, dann sehe ich, dass der Hintergrund nun weicher ist, wie wenn ich einfach das Bild vom 100- bis 500er kroppe. Und ein ähnliches Ergebnis hätten wir auch, wenn ich den 1,4-fach Konverter beim 500 mm reintun würde. Das Foto des RF 200- bis 800 wäre immer noch deutlich weicher. Und wenn wir hier einmal die Schärfe anschauen, dann sehen wir, dass das RF 200- bis 800 natürlich viel viel schärfer ist. Einfach weil ich beim 100- bis 500er kroppen musste. Ich hätte hier mehr rausholen können, wenn ich den Konverter genutzt hätte. Aber das war halt so eine Situation, wo ich keine Zeit hatte, den Konverter noch reinzutun. Und hier kann ich einfach noch zoomen, hier muss ich noch Konverter wechseln oder eben halt einfach kroppen. Und dann gewinnt klar dieses hier. Bevor ich zu meiner Schlussfolgerung komme, möchte ich noch einige Fragen beantworten, die ihr mir über Instagram geschrieben habt. Eine Frage war, ob ich Unterschiede sehe von diesem Objektiv im Vergleich zu einer Festbrennweite. Und das gilt eigentlich gleich für dieses. Wenn wir das mit einer Festbrennweite wie mit einem 600mm Blende 4 vergleichen, muss ich sagen, in der Schärfe eigentlich nichts. Ich habe jetzt keinen Test gemacht, eben wie das mit Zweifach-Konverter wirklich aussehen würde. Aber ganz ehrlich, die Schärfe bei beiden ist so gut. Die ist eigentlich auf Festbrennweitenniveau, vielleicht im Randbereich. Dort muss ich sagen, merkt man, dass sie ein klein wenig nachlässt. Aber in der Praxis, ganz ehrlich, da würde ich mir keine Gedanken machen. Wo man natürlich Unterschiede merkt, ist in der Lichtstärke. Insbesondere halt die Hintergrundfreistellung. Dann hat mich jemand noch gefragt, als wie kritisch ich die Blende 9 einstufe und ob ich das 100-500er zusätzlich noch empfehlen würde. Die Blende 9 kommt immer darauf an, was ihr fotografiert. Gerade bei kleineren Motiven geht das meistens gut, auch wenn man sich mit dem Hintergrund ein bisschen arrangieren kann. Das 100-500er zusätzlich würde ich mir nicht kaufen. Ich finde, die sind zu ähnlich. Ich würde dann fast eher dieses hier mit einem 70-200er unten durchergänzen. Dann wurde ich gefragt, ob sich das 200-800er als Anfängerlinse als Alternative zu einer teuren Festbrennweite lohnt. Ich denke, das sind ganz andere Marktmärkte. Einfach allein schon preislich. Auch vom Gewicht her merkt man auch einen Unterschied. Und ich denke, gerade als Anfänger merkt man schnell, ob man jetzt 12.000 Franken ausgeben möchte oder 2300. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Und ich denke, dass der Spaßfaktor bei dem hier wirklich grösser sein kann. Einfach weil es sehr flexibel ist durch diesen großen Zoom-Bereich. Es ist ein Vierfach-Zoom. Hier hat man einen Einfach-Zoom. Man kann nämlich nicht zoomen. Und ja, man macht Abstriche mit der Hintergrundauflösung. Aber der Spaßfaktor hier ist wirklich groß. Und es kann vielleicht auch ein bisschen helfen herauszufinden, wenn man später auf eine Festbrennweite möchte, welche soll es dann werden. Und vielleicht merkt man auch, dass eine Festbrennweite gar nichts für einen ist, weil man hier sehr viel verschiedene Zoom-Bereiche nimmt. Schlussendlich noch eine Frage, wie es sich mit dem 800er Blende 11 vergleicht. Ich konnte keinen Direktvergleich machen. Das 800er 11 ist aber viel leichter, viel günstiger. In der Bildqualität aber ein bisschen schlechter von dem, was ich so im Kopf hatte. Und der Autofokus war einfach in der Performance nicht so gut. Also, wenn es irgendwie drin liegt, würde ich definitiv zu dem hier raten. Gut, dann kommen wir zur Schlussfolgerung und meiner Kaufempfehlung. Zuerst einmal, beide sind sehr, sehr gute Objektive. Eine exzellente Schärfe, Autofokus-Performance, Bildstabilisator. Auch die Verarbeitung gefällt mir eigentlich gut. Es gibt aber ein paar Unterschiede. Wenn jetzt jemand sagt, er fotografiert häufig kleine Vögel, sonst scheue Tiere und er braucht viel Brennweite. Er ist vielleicht häufig im Bereich 600-800mm oder sogar noch mehr unterwegs. Dann würde ich nicht lange überlegen. Ich würde mir das 200-800er kaufen. Man muss dort einfach nicht mit dem Konverter herumhantieren. Es ist deutlich flexibler und ihr habt am Schluss am langen Ende doch die bessere Bildqualität und auch die bessere Freistellung. Wenn ihr häufig im unteren Bereich unterwegs seid, sagen wir 100-300mm, 100-400mm oder sogar 100-500mm, nur sehr selten mal 700mm braucht, dann würde ich eher zum RF100-500mm ergreifen, einfach weil es deutlich kompakter und auch leichter ist. Und die unteren 100, diese 100mm bis 200, die hat man hier halt nicht. Und gerade wenn man zum Beispiel schon eine 600mm Blende 4 hat und man möchte beide Objektive manchmal mitnehmen, dann denke ich, ergänzt sich das hier viel besser zu einer Festbrennweite, wie das 200-800er, einfach weil wir beim 200-800er mehr Überschneidungen haben und das und das 600er im Fotorucksack auch deutlich mehr Platz braucht und schwerer ist. Und das bringt mich direkt zum letzten Punkt, wenn ihr sagt, ihr möchtet möglichst leicht unterwegs sein, das letzte bisschen Schärfe ist euch vielleicht nicht so wichtig, gleich ist für die Hintergrundfreistellung, dann seid ihr natürlich mit dem und einem 1,4-fach-Konverter besser bedient. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir einfach unten rein. Wenn ihr euch eines der beiden Objektive kaufen möchtet, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen der Affiliate-Links unten nutzen würdet, würde meinen Kanal unterstützen, ihr zahlt hingegen nicht mehr und wenn ihr ein bisschen mehr über die Vogelfotografie lernen möchtet, wie man einen ruhigeren Hintergrund hinkriegt, auf was ich bei der Perspektive, Licht und so weiter achte, dann schaut doch mal mein E-Book an. Und dann schauen, was ihr noch das drei Hinkrieg heute Nacht vor Ort hat es Someone für Legends. Vielen Dank.